Was geht, Alter? Was geht? Alter, komm, wir laufen, aber komm. Weißt du, was ich mich frag? Guck mal, wenn ein Mann einen Korb bekommt, okay, der Mann ist vielleicht kurz sauer und denkt, okay, scheiße, gelaufen und gut ist. So, Thema vorbei. Aber wenn eine Frau einen Korb bekommt, Alter, die Frau, die flippt voll aus. Letztens, okay, eine Frau hat einen Korb bekommen, fängt die an auszulassen. Sagt die so, hey, wie kannst du mir einen Korb geben? Dies, das, schiebt so voll den Film und so. Wenn ein Mann einen Korb kriegt, der so voll locker, okay, vielleicht beleidigt der die Korb noch zwei, drei Wörter, aber fertig, gut ist. Frauen, wenn sie einen Korb bekommen, Alter, die fangen an, dich zu verfluchen. Die holen da so ein scheiß Ouija-Board aus dem Keller, Alter, und tun dich einfach verfluchen. So, ich check's nicht, warum nehmen Frauen das so ernst. So, wenn sie Männer korben, ist okay, aber so weißt du, wenn ein Mann eine Frau korbt, Alter, auf einmal Krieg. Die wollen, dass du stirbst auf einmal. So, ohne Sinn. Kannst du mir das erklären? Kannst du mir das erklären? Ich pack's nicht, Alter. Ist doch egal, Mann. Scheiß, mach's nicht.